Hey, ich bin Geronimo und es gibt ganz viele Dinge, die mich stören. Aber am meisten, dass wir unsere Generation nicht ernst nehmen. Und mein Traum wäre, dass wir alle zusammenkommen und jeder seinen Beitrag leisten kann, damit das Morgen nicht erst morgen hübscher aussieht, sondern schon heute. Wann ist dein Projekt? Mein Projekt nennt sich Euphoria, ist ein Social Business in Genf, in der Schweiz. Und wir arbeiten in der Kommunikation, um das Image vom Engagement zu ändern. Um zu zeigen, es ist wirklich etwas, was bewirkt, es ist cool, es ist fun, es ist sexy. Damit wir auch die abholen, die sich sonst nicht engagieren. Die Zielger, die Passiven, die sagen, naja, kann man wirklich was machen, es bringt ja eh nichts. Und ich, und ich habe ja keine Zeit und so weiter und so fort. Diese Leute wollen wir abholen, das sind die 90 Prozent, weil sonst sind es immer dieselben, die sich engagieren. Und wenn wir sie mal abgeholt haben, dann bringen wir sie an Trainings, Aktivitäten, Events, wo wir sie in Verbindung setzen mit all denen, die sich bereits engagieren. Damit sie merken, diesen Aha-Effekt haben, diesen Wow-Effekt, hey, shit, ich kann ja auch was machen. Und so viele Dinge, die es gibt, oh, das ist cool. Und dann kommt diese Euphorie auf, ja. Und diese innere Flamme, diese Leidenschaft, die wird angezündet. Und dann gibt es keinen Weg mehr zurück, weil man nicht mehr sagen kann, ja, geht ja nicht, wenn man es gesehen hat, erlebt es. Und deshalb haben wir sechs Monate nach unseren Events eine Erfolgsquote von 50 bis 70 Prozent der Teilnehmenden, die sich stärker engagieren. Dankeschön. Vielen Dank.